Bruno Gröning Ich will nur helfen und heilen. Das Leben Bruno Grönings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Drittes Kapitel An die Öffentlichkeit gezerrt Dieter Hülsmann war neun Jahre alt. Er hatte Muskelspund, war bewegungsunfähig und lag seit mehreren Wochen im Bett. Keiner der Ärzte und Professoren, zu denen seine Eltern ihn gebracht hatten, konnten ihm helfen. Am 15. März besuchte Bruno Gröning die Familie Hülsmann und sprach mit dem Jungen. Danach konnte das Kind wieder aufstehen, gehen und sogar die Treppe steigen. Die Eltern waren überglücklich und der Vater berichtete überall von der Heilung seines Sohnes. So wurde Bruno Gröning in Herford bekannt. Von Tag zu Tag kamen mehr Heilungssuchende. Immer mehr Menschen erfuhren von dem wundersamen Geschehen. Weitere Heilungen geschahen. Es dauerte nicht lange und der Name Gröning war in aller Munde. Die Zeitungen berichteten und nannten ihn Wunderdoktor. Schon bald sprachen die Menschen in ganz Deutschland von dem merkwürdigen Mann, der Krankheiten einfach verschwinden lassen konnte. Tausende Hilfesuchende strömten nach Herford. Menschenmassen belagerten das Haus der Familie Hülsmann am Wilhelmsplatz. Der Menschheit ganzer Jammer In einer Broschüre aus dieser Zeit beschrieb Dr. Phil A. Kaul die Zustände vor dem Hause Hülsmann sehr eindrucksvoll. Zu Tausenden kommen die Kranken und Siechen in das kleine westfälische Städtchen, das in seinen Mauern den Wunderdoktor birgt. Mit Autobussen, Lastwagen, Personenwagen, mit der Bahn und zu Fuß. Mit Pferdefuhrwerken und Fahrrädern, auf Leiterwägelchen, in Fahrstühlen und in Krankenwagen. Tag und Nacht kommen Menschenmassen nach Herford auf den Wilhelmsplatz, der von der protestantischen Kirche überragt wird, zum Hause Nummer 7, in dem Bruno Gröning bei den Eltern eines von ihm gehaltenen Kindes Obdach gefunden hat. Das menschliche Elend, das sich hier offenbart, ist erschütternd und grenzenlos. In den umliegenden Gärten und in den Anlagen sitzen die Kranken, stehen die Liegestühle, die Baren. Tage und Nächte lang warten die Angekommenen auf Heilung. In der Nacht zum 17. Juni 1949 wollte die Polizei etwa 50 Mütter mit ganz kleinen Kindern die Nacht über in Baracken unterbringen. Es half aber kein Zureden. Sie wichen und wankten nicht von ihrem Platz. Und auch der einsetzende Regen bewegte die Menschen nicht zum Fortgehen. Aus allen Gegenden Deutschlands strömten sie hier zusammen. Die Hoffnungslosen und Beschwerten, die Jünglinge und die Greise, Frauen, Mädchen, Kinder, aus allen Ständen und Schichten. Amerikaner, Engländer, Belgier, Schweizer, Schweden, Ungarn, Polen, ja selbst Zigeuner, die nach der erfolgten Heilung eines stummen Zigeunerkindes sich hier in Scharen einfinden. Lahme, Blinde, Taube, eine Gemeinschaft des Elends und der Not. Arme Menschen, ob sie nun in Luxuswagen sitzen oder sich mühsam auf ihren Krücken fortbewegen. Hoffnungslose und Hoffende, müde und Verzweifelte, hundert- und tausendfältig ist nur der eine Wunsch, Heilung zu finden. Sie fragen ja alle nicht danach, ob das, was hier geschieht, den Genehmigungsvermerk einer Dienststelle, einer Behörde oder eines Ministeriums trägt. Ob die Wissenschaft dafür oder dagegen ist, ob der, der sie heilen soll, ein Messias oder ein Schriftgelehrter ist. Sie wollen geheilt werden von ihrer menschlichen Pein. Sie wollen wieder tatenfrohe Menschen werden. Sie wollen wieder gesonden. Bruno Gröning auf dem Balkon Bruno Gröning war zu dieser Zeit nicht ständig in Herford. Oft war er auch in anderen Städten oder Dörfern unterwegs bei Menschen, die ihn um Hilfe gebeten hatten. Die Heilungssuchenden in Herford warteten manchmal mehrere Tage auf ihn. Und es wurden immer mehr, Hunderte, Tausende. Wenn er dann zurückkam, bestürmten ihn die Wartenden. Ein Journalist beschrieb das einmal so. 19.40 Uhr. Gröning trifft ein. Die Menschen drängen sich an ihn heran, versuchen, ihm die Hand zu drücken oder wenigstens seine Kleider zu berühren. Mit Mühe kommt er in den Flur. 23 Uhr. Gröning tritt auf den Balkon. Die Menge, inzwischen auf 600 bis 700 Personen angewachsen, hängt wie gebannt an seinem Gesicht. Gröning raucht mit Ruhe seine Zigarette zu Ende. Dann spricht er, sehr akzentuiert, aber ohne Pathos. Meine lieben Heilungssuchenden, spreche Sie hier mit alle im Namen Gottes gesund. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der eine oder der andere noch leichte Schmerzen verspürt. Das sind die Regelungsschmerzen, die sehr bald verschwinden werden, wenn Sie weiter fest an die Heilung glauben. Ich weiß auch, dass in diesem Augenblick viele Menschen in anderen Gegenden gesund geworden sind. Wer für einen kranken Angehörigen hier ist, kann getrost nach Hause gehen. Die Heilung geschieht auch ohne mein Beisein. Mein Wunsch geht darauf hinaus, allen Menschen zur Gesundung helfen zu können. Ich frage nicht nach der Religion. Ich frage nicht nach der Nation. Nach einer sekundenlangen Pause fährt er fort. Ich frage Sie jetzt, wer verspürt noch Schmerzen? Etwa 20 Personen heben den Arm. Grönings Blick umkreist die Menge, dann sagt er, Jetzt frage ich Sie noch einmal, wer hat jetzt noch Schmerzen? Ein junger Mann hebt die Hand. Das ist nicht der eigentliche Schmerz. Nein, seien Sie unbesorgt. Ich habe Sie angesprochen. Ihre Leidensstelle ist schon von der Heilung befallen. Inzwischen geht ein Raunen durch die Menge und ein Recken und Strecken. Tatsächlich, ich bin gesund. Dank sei Gott. Mein Bein wird langsam locker. Ich sehe wieder und ähnliche Ausrufe höre ich herauf. Aber es sind ganz wenige, die sprechen. Das wundert mich. Gröning spricht weiter. Ich bitte Sie jetzt, nicht zu nörgeln. Denn wer an seiner Heilung zweifelt, zweifelt am Herrgott. Den Dank für diese Heilung bitte ich nicht an mich zu richten. Der Dank gehört allein unserem Herrgott. Ich verlange von keinem ein Entgelt. Zu erwarten habe ich aber, dass Sie in Ihrem ganzen Leben zu Gott beten werden. Das Leben ohne Gott ist kein Leben. Ein Mensch ist nur dann wert, als solcher angesprochen zu werden, wenn er an den Herrgott glaubt. Bruno Gröning hat in Herford aber nicht nur vom Balkon zu den Menschen gesprochen. Er hat sich auch um die Einzelnen gekümmert und sich der Ärmsten der Armen angenommen. In einer Broschüre aus der Zeit finden wir folgende Passage. Unter den Heilungssuchenden, die in der Nacht vom 17. auf den 18. 1949 im Hause Wilhelmsplatz Nr. 7 weilen, befinden sich auch Engländer und Engländerinnen, die von dem Rufe Grönings gehört haben. Ein deutscher Arzt ist gleich mit drei seiner Patienten erschienen. Der Fall eines jungen Mannes mit Lungen- und Knochentuberkulose mit Versteifung des linken Beines. Ein Knabe mit Lähmung der beiden Beine. Ein junges Mädchen mit nervösen, chronischen Kopfschmerzen. Gröning stellt keine Diagnose. Dem TBC-Kranken, jungen Mann, sagt er auf den Kopf zu, er müsse besonders auf den Knochen des linken Beines achten. Was spüren Sie jetzt? Ein heißer Strom durchrinnt meinen Körper. Und jetzt? Es kribbelt am linken Bein. Nun heben Sie Ihr Bein so hoch wie ich. Gröning macht es vor und hebt sein eigenes, abgewinkeltes Bein bis Bauchhöhe. Der junge Mann zögert. Sie können es genauso machen wie ich. Ohne sichtbare Anstrengung bringt der Kranke das Bein, das vorher noch steifer, in die befohlene Lage. Ungläubig blickt er abwechselnd auf sein Bein und auf seinen Arzt. Ist denn das möglich? Ich kann mein Bein bewegen. Sie werden gesund. Aber es geht langsam bei Ihnen. Schreiben Sie mir. Und an den Arzt gewendet. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Der an beiden Beinen gelähmte Junge sitzt mit zwei Krücken neben seiner Mutter. Mein Junge, steh auf. Die Mutter fällt ins Wort. Er kann nicht aufstehen. Er ist doch gelähmt. Gröning dreht den Kopf herum. Das sollen Sie nicht sagen, fährt er sie fast hart an. Sie halten ja die Krankheit Ihres Kindes fest. Mein Junge, steh auf. Du kannst es. Rote Flecken auf dem schmalen Kindergesicht. Der Mund zittert und Tränen rollen aus den Augen. Ergriffen sehen die zahlreichen Menschen in dem Raum, wie sich der Junge aus dem Sessel aufrichtet und nun dasteht, allein, ohne seine Krücken. Und nun kommt zu mir. Unsicheren Schrittes geht er auf Gröning zu, der ihm die Hand reicht und ihm lange in die Augen sieht. Liebevoll streicht er über das Haupt des Kindes und schickt es zur Mutter zurück. Langsam weiter üben, nicht zu viel verlangen. Die Beine sind noch zu schwach. Für den Heimweg nochmals die Krücken, die kannst du aber bald wegwerfen. Glückliche Kinderaugen und eine glückliche Mutter sind der Dank. Das junge Mädchen mit den chronischen Kopfschmerzen ist schon geheilt, bevor Gröning es anspricht. Nein, es hat keine Schmerzen mehr. Wollen Sie die Schmerzen wiederhaben? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, kommt es von den Lippen. Und der Arzt, er, hat wortlos diesen Vorgängen zugesehen. Er reicht Gröning die Hand. Herr Gröning, ich stehe Ihnen ganz zur Verfügung. Ich bekenne mich zu Ihnen. Heilungen über Heilungen Ein Reporter beschrieb die Zustände in Herford im Juni 1949 so. Es war ein unbeschreibliches Elendsbild. Zahllose Gelähmte in Rollwagen, andere, die von ihren Angehörigen getragen wurden. Blinde, Taubstumme, Mütter mit verblödeten und gelähmten Kindern. Alte Mütterchen und junge Männer drängten sich und stöhnten. Fast hundert Autos, Lastwagen und Omnibusse parkten auf dem Platz und alle kamen sie von weit her. Glauben Sie, dass Sie geheilt werden? Fragte ich die Kranken. Sie nickten. Gestern hätten Sie hier sein sollen, antwortete mir einer. Herr Gröning war in Viersen im Rheinland und hier auf dem Hof standen fünf Gelähmte auf und ginge gesund nach Hause. Fernheilung. Der Hof hat sie gesund gemacht. Die anderen Kranken bestätigen es. Ich ging weiter durch die Menge und stenografierte ihre wundersamen Erzählungen mit. Sie allein genügten, um ein Buch zu füllen. Als ich mir eine Zigarette anzündete, sagte ein junger Mann neben mir, bitte verkaufen Sie mir eine. Er trug einen Uniformrock und sah aus wie ein Russlandheimkehrer. Ich gab ihm die Zigarette. Er zündete sie an und sagte übermütig, sehen Sie, alles kann ich jetzt wieder allein. Dabei bewegte er seinen rechten Arm samt den Fingern und sein rechtes Bein. Sind Sie auch von Gröning geheilt worden? Fragte ich. Ja, ich bin in Russland rechtzeitig gelähmt worden. Herr Gröning schaute mich an und jetzt bin ich wieder völlig gesund. Ich kann es immer noch nicht fassen. Glücklich schwenkte er seine Glieder. Ich steuerte auf eine Gruppe zu, die sich um eine weißhaarige, etwa 40-jährige Frau scharrte. Natürlich, hörte ich die Frau sagen, bin ich auch durch Herrn Gröning geheilt worden. Ich hatte riesige Magengeschwüre, wurde immer magerer und konnte vor Schmerzen nicht mehr schlafen. Zu zwölft waren wir bei Gröning. Mich schaute er an und da war es mir, als fielen die Geschwüre wie ein Stein zur Erde. Seitdem habe ich keine Schmerzen mehr, werde immer dicker und die Röntgenaufnahmen, die ich machen ließ, zeigten einwandfrei das Verschwinden der Geschwüre. Ich habe mich der ärztlichen Untersuchungskommission zur Verfügung gestellt. Ich kann Ihnen sagen, die haben gestaunt. Die Frau fuhr fort. Aber das ist noch gar nichts. Vorige Woche stand ein blinder Mann hier auf dem Hof. Er wartete mehrere Tage und Nächte durch. Da ich öfter hierher gehe, fiel er mir auf. Er tat mir leid und ich lud ihn zum Essen ein. Nein, wehrte er ab. Ich darf den Augenblick nicht verpassen, wenn Herr Gröning herauskommt. Da brachte ich ihm Brötchen und sagte ihm, ich würde dafür sorgen, dass er zum Bahnhof gebracht würde. Ich brauche niemanden, denn ich werde allein zum Bahnhof gehen können. Und dann erlebte ich es mit eigenen Augen. Herr Gröning kam und der junge Mann schrie auf. Ich kann wieder sehen. Nein, tatsächlich. Der Schleier war von seinen Augen gewichen. Er beschrieb mir, was ich für eine Tasche in der Hand trug. Er sagte, dort fährt ein Auto und da ist das Nummernschild. Und allein fand er den Weg zum Bahnhof. Alle Umstehenden haben vor Freude geweint. Heilverbot Immer mehr Heilungen geschahen. Immer mehr Menschen kamen. So dauerte es nicht lange und auch die Behörden wurden auf das seltsame Geschehen am Wilhelmsplatz aufmerksam. Einige einflussreiche Ärzte hatten sich dafür eingesetzt, dass die Stadt dem Treiben um den Wunderdoktor ein Ende macht. Sie waren Bruno Grönings erklärte Feinde und setzten alles daran, sein Wirken zu unterbinden. Auf ihr Drängen hin erteilte die Stadt Herford Bruno Gröning am 3. Mai 1949 ein Heilverbot. Es gibt in Deutschland ein Heilpraktikergesetz und in diesem Gesetz ist festgelegt, wer heilen darf und wer nicht heilen darf. Man warf Bruno Gröning vor, dass er gegen dieses Gesetz verstoßen habe und dass er eigentlich gar nicht heilen dürfe. Eine Untersuchungskommission wurde gebildet. Man verlangte von Bruno Gröning, dass er sich einer wissenschaftlichen Überprüfung seiner Heilfähigkeit stellt. Doch das war nicht ehrlich gemeint. Als ein gewisser Professor Fischer kurze Zeit später ein Krankenhaus suchte, in dem Bruno Gröning klinisch geprüft werden konnte, besichtigte er auch eine Klinik in Bielefeld. Ihr Leiter war Mitglied der Herforder Untersuchungskommission und bei Professor Fischers Besuch waren sämtliche Herren der Kommission anwesend. Professor Fischer ließ sich die Patienten zeigen, an denen Bruno Gröning sein Können beweisen sollte und musste feststellen, dass es fast ausnahmslos Todeskandidaten waren, bei denen jeglicher Lebenswille bereits erloschen war. Es war eine Falle. Bruno Gröning sollte hereingelegt werden. Einer der beteiligten Ärzte machte auch keinen Hehl daraus, dass es sein erklärtes Ziel sei, Bruno Gröning abzuschießen. Ein anderer sagte, Gröning kann beweisen, was er will. Man wird ihm die Heilerlaubnis doch nicht geben. Noch ein anderer erklärte, Es verstößt gegen die Berufsehre der Ärzte, sich mit Gröning einzulassen. So musste Bruno Gröning sich von Anfang an gegen mächtige Gegenkräfte behaupten. Er kämpfte mit aller Macht gegen das Heilverbot. Er tat alles, um den Kranken, die sich zu ihm drängten, auch weiterhin helfen zu können. Doch es nutzte nichts. Das Heilverbot blieb bestehen. Ende Juni musste er Herford endgültig verlassen. Alle Anstrengungen waren gescheitert. Viertes Kapitel Ein wissenschaftliches Experiment Etwa zur gleichen Zeit fuhren drei Mitarbeiter der Zeitschrift Revue nach Herford, zwei Reporter und jener Professor Fischer. Sie sprachen mit Geheilten und überprüften deren Berichte. Überrascht stellten sie fest, dass tatsächlich ungewöhnliche Heilungen geschehen waren. Die Zeitschrift Revue entschloss sich, eine wissenschaftliche Untersuchung des Phänomens Gröning zu finanzieren und exklusiv darüber zu berichten. In der Heidelberger Universitätsklinik von Professor von Weizsäcker sollte die Heilmethode des Wunderdoktors erforscht werden. Bruno Gröning ging auf das Angebot ein. Bei günstigem Verlauf wurde ihm ein positives Gutachten versprochen. Dies sollte ihm den Weg zu freiem Wirken ebnen. Am 27. Juli 1949 begannen die Untersuchungen. Aus den Patienten der Universitätsklinik und aus über 80.000 Bittbriefen, die man von Herford nach Heidelberg hatte bringen lassen, wurden die Personen ausgewählt, an denen Bruno Gröning sein Können beweisen sollte. Alle ausgewählten Personen wurden sorgfältig untersucht. Dann kamen sie zu Gröning und er sollte zeigen, was er kann. Die Ärzte waren immer dabei und beobachteten genau, was geschah. Sie wollten wissen, was er machte und wie er es machte. Die Ärzte wurden Zeugen, wie Krankheiten einfach verschwanden, die sie selbst nicht heilen konnten. Besonders beeindruckt waren sie von den Heilungen an Patienten ihrer eigenen Klinik, die sie teilweise schon Jahre kannten. Da war beispielsweise Else Joost. Sie war 36 Jahre alt und litt seit 13 Jahren an einer schweren Darmkrankheit, hatte chronische Verstopfungen, viele Schmerzen und konnte manchmal acht Tage lang nicht zur Toilette gehen. Sie wurde schon seit Längerem in der Heidelberger Klinik behandelt, ohne Erfolg. Nachdem Bruno Gröning sich mit ihr beschäftigt hatte, war sie gesund. Eine Nachuntersuchung in der Klinik bestätigte es. Die Ärzte standen vor einem Rätsel. Ein anderer Fall war der des Herrn Strobl. Er litt unter der Bechterewschen Krankheit. Seine Wirbelsäule war völlig versteift. Er konnte den Kopf nicht mehr bewegen und hatte erhebliche Schmerzen beim Gehen und Steigen. Auch hier, Bruno Gröning sprach mit ihm und die Beschwerden verschwanden. Er fühlte sich wohl und die Gehstörungen waren völlig beseitigt. Auch er wurde in der Klinik nachuntersucht und die Heilung bestätigt. Wie Bruno Gröning auf die Kranken einwirkte und was er zu ihnen sagte, wurde auf Tonband aufgenommen. In der Zeitschrift Revue wurde dann einiges davon abgedruckt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Unterhaltung Bruno Grönings mit Herrn Strobl. Gehen Sie einige Schritte. In der Leistengegend hatte ich Schmerzen. Hauptsächlich beim Treppensteigen. Schier nicht hochgekommen. Es tat mir sehr weh. Links mehr wie rechts. Versuchen Sie mal die Treppe rauf zu laufen. Strobl geht zur Treppe, springt plötzlich Trepp auf und ab. Er ist überglücklich. Machen Sie mit dem Kopf Drehungen nach rechts und links. Es kracht, als ob Sand da hinten drin wäre. Wie ist es jetzt? Es wird mir leichter. Das Krachen hat aufgehört? Nein, es kracht noch. Halten Sie die Hand einmal dorthin. Nehmen Sie die Hand weg. Strobl bewegt immer noch den Kopf. Es wird weniger. Strobl macht immer noch Kopfbewegungen. Ja, es geht gut. Gröning beschäftigt sich mit anderen Patienten. Es ist mir leicht. Ich habe keine Schmerzen mehr. Auch nicht in den Gesäßknochen. Alle Schmerzen sind weg. Gröning bittet Strobl nochmals, die Treppe hinauf zu steigen. Strobl springt wieder leicht hinauf und herunter. Karin hat sich verlassen. Ehemaliger. polegua Sendung in den GLOB am, Derísimo vida appeal. Zusammen mit dem l toutes. Wir stehen hier in Berlin. Wir haben hier in Berlin. Wir gucken. Wir gucken. Wir share said. Wir schauen.